Als Landwirt von morgen weiß ich eins. Die beste Energie ist die erneuerbare Energie. Zum Beispiel die Windenergie. Damit kann man nicht nur einen Drachen steigen, sondern auch einen Traktor fahren lassen. Wie das geht? Ganz einfach. Aus der Windenergie wird Strom erzeugt. Strom, der für die Elektrolyse verwendet wird. Bei dieser wird Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt. Aus Wasserstoff und CO2 wird Methangas hergestellt. Ja und mit dem kann man dann eben fahren. Das ist die Steyr Natural Power Technologie. Die senkt die Spritkosten um bis zu 40 Prozent. Die Emissionen werden um sage und schreibe 80 Prozent reduziert. Und leiser macht es den Traktor auch noch. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Sache. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.